Zur Initialisierung von Variablen. Variablen initialisiert man mithilfe von sogenannten Literalen bzw. Ausdrücken. Um Ausdrücke werden wir uns ja gleich noch im Detail kümmern. Als Literale bezeichnet man typspezifische Konstanten. Für Buhlsche Werte hatten wir solche Literale schon kennengelernt. Das waren die Zeichenketten False und True, also F-A-L-S-E und T-R-U-E. Für den Typ Int, der die ganzen Zahlen repräsentiert, sind Literale Zeichenketten aus Dezimalen, Oktalen oder Hexadezimalen Ziffern. Wir werden uns eigentlich nur mit Dezimalen, Literalen auseinandersetzen. Hier steht beispielsweise 2,9 und 2,9 als Zeichenkette repräsentiert den Wert 29. Oktalen und Hexadezimal, denen liegen andere Zahlenwertsysteme zugrunde. Wenn ein Literal mit einer 0 beginnt, werden die dahinterstehenden Ziffern als Ziffern des Oktalsystems, also des Systems zur Basis 8, angesehen. Und 35 im Oktalsystem repräsentiert im Dezimalsystem, also dem Zahlenwertsystem, was wir nutzen, die 29. Und hier ist das Hexadezimalsystem. Wenn ein Literal mit 0x anfängt, werden die dahinterstehenden Ziffern und Zeichen als Hexadezimalzahlen interpretiert. Und 1d im Hexadezimalsystem repräsentiert den Wert 29 im Dezimalsystem. Das können Sie zunächst aber vernachlässigen. Wir kümmern uns hier eigentlich nur um Dezimalzahlen. Nur möglichst halt nicht die 0 vor Literale schreiben, weil dann wissen Sie, das kann dann eine ganz andere Bedeutung erlangen.